Herzlich willkommen zu einem neuen Astro-Video. Und heute schauen wir uns mal Astrometeorologie an, beziehungsweise auch dieses extreme Unwetter, das letztes Wochenende so über uns hinübergefegt ist, zumindest in Österreich und Linz und auch in der Umgebung ganz extrem und natürlich auch zu Hochwassern geführt hat. Und heute wollen wir uns einfach mal anschauen, kann man das Wetter astrologisch auch deuten? Gibt es da Hinweise? Und ich habe den Zeitpunkt hergenommen, wo das Unwetter über Linz hereingebrochen ist quasi und habe mir das mal astrologisch angeschaut. Und du kannst dir jetzt mal vorstellen, wenn du jetzt Astrologie, das ist ja im Prinzip alles, was erscheint, das heißt alles, was in dir weh ist, alles, was um dich erscheint, also die ganze Existenz ist ja in dieser astrologischen Glühwe verpackt. Das heißt, es müsste auch jedes Phänomen sichtbar sein. Und das finde ich dann eben immer interessant, wenn sowas astrologisch sich dann auch deckt und wenn sowas auch nachvollziehbar ist, eben gerade auch so ein Unwetter, was sich ja für viele manifestiert hat. Dann schauen wir uns das gleich einmal an. Wenn du meteorologisch die Astrologie deutest oder das Horoskop meteorologisch deuten möchtest, dann ist es immer interessant natürlich, was wird sichtbar? Und das sehen wir ja dann immer so im ersten Quadranten, beziehungsweise auch im ersten Haus, mit welcher Energie wird etwas sichtbar? Da erscheint etwas und was begegnet uns? Also da ist es natürlich interessant, gerade beim Wetter zu schauen. Und wir sehen, wir haben einen Wassermann-Ascendenten. Und Wassermann ist ja immer so ein bisschen der Wetterumschwung, das Turbulente. Das ist ein wirbelndes Zeichen, ein Luftzeichen. Also wichtig ist ja, Wassermann hat ja, obwohl er Wassermann heißt, ja nichts mit Wasser per se zu tun, sondern es ist ein Luftzeichen. Und Luft hat immer was mit Kommunikation, mit Veränderungen zu tun, sind so Brückenbauerzeichen, oft die Luftzeichen. Und Wassermann als Zeichen heißt einfach einmal Wind oder überraschender Wind, so würde ich das meteorologisch deuten. Einfach vom Element Luft her auch. Und natürlich mit dem Wassermann viel, viel Energie drauf. Was erscheint denn noch? Wir haben den Saturn in Fische stehen und wir haben Neptun in Fische stehen, im ersten Haus. Und wenn wir uns das anschauen, Saturn ist immer eher etwas kühler, ist etwas strenger, ist etwas härter, da wird es kühler. Also Saturn, da wird etwas kühler, etwas wird kälter, das Wetter wird kälter. Wenn wir es uns eben in Bezug auf das Wetter anschauen, Wetter wird kälter, wird härter. Und mit Fische, das ist jetzt Wasser. Fische, Neptun, Wasser, Meer, viel Wasser. Grenzenloses Wasser, möchte ich fast sagen. Das erscheint da. Und wir haben also eine Abkühlung kombiniert mit einfach mehr Wasser, mit viel Wasser. Und das sieht man da im ersten Haus. Verstärkt wird natürlich diese ganze Geschichte noch, dass dieser Saturn eine Opposition zur Sonne hat. Also der Opposition ist immer ein Spannungsaspekt. Und die Sonne bedeutet ja, das Warme steht ja im Prinzip für Wärme, angenehme Wärme, fürs Leben auch. Natürlich auch mithin mit der Löwezeit, so ein Sommerzeichen auch. Und da merkt man, das Kühle drückt so etwas auf das Warme, auf das Lebensfrohe, auf das Lebendige auch. Und schränkt das etwas ein. Und wir haben auch mit dem Mond ein Sextil drauf. Also das heißt, der Saturn macht auch ein Sextil zum Mond hin. Und Mond ist auch noch einmal so wässrig, wasserhaft. Und Sextil ist ja eher ein fördernder, ein vermehrender, ein positiver Aspekt zu deuten. Und das heißt, mit dem Mond im Steinbock wird dann auch noch einmal so dieses feuchte, kühlere gefördert. Und das hatten wir eben, diese Grundkonstellationen hatten wir, wie dieses Wetter dann gekommen ist, dieses Unwetter. Und wenn du das gesehen hast, wie die Blitze eingeschlagen sind, wie das apokalyptisch einfach da war, dann ist das natürlich schon sehr spannend, wenn man das auch astrologisch so nachvollziehen und deuten kann. Ja, schauen wir einfach weiter. Also wir haben ja nicht nur den Saturn stehen im ersten Haus, wir haben auch den Neptun im ersten Haus stehen. Und Neptun ist ungleich mehr, ja, sage ich mal, bestrahlt, beziehungsweise bildet mehr Konstellationen astrologisch. Und da haben wir gleich eine Opposition zu Neptun und eine Opposition zu, pardon, also eine Opposition zu Merkur, also Neptun und Merkur und eine Opposition zu Mars. Die stehen da oben in der Jungfrau im siebten Haus. Jetzt ist Merkur, Luftzeichen, Wind. Ja, Merkur ist Wind. Und wir haben noch einmal Opposition Wind und Wasser. Das heißt, ein Regen, stürmischer Regen. Also das könnte man so sagen. Noch dazu haben wir Merkur und Mars, eine Konjunktion. Das heißt eigentlich, ja, die Verstärkung. Mars ist immer Energie, ist das Extrem. Ja, da geht es noch einmal, da wird alles noch einmal mehr angeheizt, angepfeffert, wird alles noch einmal stürmischer, wird alles noch einmal, ja, potenzierter ein bisschen durch die Energie des Mars. Und da mit der Opposition zum Neptun heißt das eben auch noch einmal viel Wetter, extremes Wetter, gebahrt mit Wind. Und man sieht also, man kann das sehr schön schon deuten, also dass das eine wässrige Zeit ist. Wir haben auch zu Venus ein 1,5 Quadrat von Neptun weg. Und die Venus möchte ja da jetzt noch Sommer genießen, so im Löwen. Die möchte Lebensfreude, die möchte vielleicht raus, aber das geht sich nicht ganz aus. Also auch da sieht man, dass das Wetter, dass das Feuchte, dass das Wasser, das Nasse auf diese Energien so drängt. Was wir noch dazu haben, ist der Uranus. Und Uranus, ich sage es immer wieder, steht ja gerade im Stierzeichen und der hat ein Trigon zu Merkur. Das heißt, Merkur und Uranus begünstigen sich gerade. Das bedeutet, stell dir mal vor, Merkur noch einmal Luft plus Uranus, auch noch einmal überraschende Luft, wirbelnde Luft. Das ist eben stürmisch. Bäume wurden ja da geknickt, Äste sind abgebrochen, Bäume sind umgefallen. Und das wäre eben so dieses, ein bisschen dieses chaotische Element, das uns da auch begegnet mit Merkur. So im siebten Haus ist ja auch so mit die Begegnung. Und das wäre mal so eine Zusammenfassung der Konstellationen jetzt vom Wetter. Es gibt ja immer wieder so diese Ansichten, diese Theorien, ja Wetter wird ja auch manipuliert, Wetter ist manipulierbar, wird da sowas gesteuert, gerade wenn diese Phänomene so extrem werden. Und ich möchte jetzt noch kurz darauf eingehen, also ich sage jetzt eben nicht, okay, da gibt es jetzt Wettermanipulation oder da wird irgendetwas gelenkt von oben. Man könnte allerdings, wenn man in diese Richtung auch denken würde, dass mit dem Pluto im zwölften Haus durchaus sagen, okay, das sind so geheime Mächte, geheime Gedanken dahinter, die dann noch einmal so den Regen, diesen Starkregen auch provozieren. Und mit Pluto, Trigon, Mars auch noch einmal dazu, haben wir natürlich eine unbändige Kraft, eine unbändige Energie, die da drauf, die da einstrahlt. Und das bedeutet einfach noch einmal, also Mächte, Kräfte kommen da einfach, also kommen da ans Tageslicht, ja. Der Ursprung ist dann vielleicht noch etwas dubios, ja, mit Pluto im zwölfer Haus. Genau, also so schaut es mal aus von der meteorologischen Seite, Astrometeorologie. Hast du dich schon mal mit dem Thema beschäftigt, interessiert dich das? So Wetterphänomene vorauszusagen auch, das schaut man sich dann eher so quartalsmäßig natürlich an, wenn man das in die Zukunft so ein bisschen deuten will. Und man kann natürlich eben auch das aufs Wetter deuten, das Astrologische. Also man kann es deuten, auf dich bezogen, dein Innenleben, deine Bestimmung, wie bist du gemacht, wofür bist du gemacht, kann man die Astrologie einsetzen. Umstände, wie fügt sich etwas, wo kann gerade gut Energie fließen, wo kannst du dich gut entfalten. Man kann natürlich dann auch mondane Tendenzen sich anschauen, ja, also wo bewegt sich denn etwas hin, wo geht denn etwas hin und natürlich dann auch individuell so Wetter, Orte. Also es ist in der Astrologie ein System, das mit dem man sich, wenn man sich beschäftigt, einen interessanten Blick auf die Dinge bekommen kann und auch gute Einsichten bekommen kann. Ja, ich bin wie gesagt gespannt auf deine Meinung. Hast du dich schon damit beschäftigt? Was interessiert dich bei der Astrologie besonders? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich natürlich über einen Daumen hoch, freue mich auch, wenn du bis dahin geschaut hast. Abonnier den Kanal, wenn du es noch nicht abonniert hast, das hilft mir wirklich weiter. Und natürlich auch jedem anderen, der sich auf YouTube da beschäftigt und der diesen Content zur Verfügung stellt. Aus dem wunderschönen Linz. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal. Und wenn du am Sonntag in Linz bist, check mal meinen Kurs Die Kraft der Gedanken aus. Da habe ich einen Live-Kurs, ein Live-Seminar hier in Linz in meinen Räumlichkeiten. Also Kraft des positiven Mindsets, wo man auch ganz tief mit sich selber arbeitet und auch mit den Gedankenkräften. Also vielleicht interessiert dich das, dann sehen wir uns ja eventuell schon am Sonntag. Alles Liebe, bis nächstes Mal. Dein Oliver Ereni. Tschüss.